Wo wohnen Sie denn? Viel weit, Hoffmannstraße. Ach, Hoffmannstraße. Haben Sie da ein Zimmer? Ja, Zimmer mit fünf anderen Kollegen. Sechs. Kleinstimmer. Was? Sechs Mann in einem kleinen Zimmer? Drei Bett da und drei Bett da. Kif, kif. Was, kif, kif? Kif, kif, egal, in Arabisch. Kif, kif? Das ist lustig. Zwanzig. Du gehst zu mir nach Hause, Fuat, und lass dir geben 100 Mark für mich. Mag schnell. Hol dir Geld von zu Hause. Ich spiele weiter. Drei Whisky. Lass dich nicht so ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Du verspielst ja einen ganzen Wochenlohn. Mir alles egal. Kif, kif. Verstehen? Kif, kif. Kif, kif.